Moin, Servus, Moin und Willkommen hier zum neuen Mario Kart Tour Stream. Die neue Season ist nun endlich draußen und wir haben heute wieder sehr viel Spaß. Wir werden Röhren zünden und natürlich erstmal die neuen Cups spielen. Und damit Willkommen hier an Gnulli Fan, oder du heißt jetzt Toad Gamer, ah ja, ist hier unbenannt im Stream. Ich liebe jetzt mein Handy, wenn mein Handy ausgeht, hallo. So, Jason ist da, Dishan ist da, Let's Dom ist da, Konizo, Benutzer Arthur, Moin, Servus, Moin, schonmal. Habe ich noch irgendwas zu trinken hier, sieht nicht so gut aus, belassend. Ja, die neue Season ist draußen, ich muss einmal was zeigen, ja. Wie kann ich das überhaupt noch, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall im letzten Turnier doch noch Erster geworden und habe dann 20 Robine bekommen. Letzter Tag als Mitglied, oha. Set live, oh bitte Handy, geht doch nicht alle 3 Sekunden auf, es ist mal ernsthaft. Boah, ist das nervig. Das kommt davon, wenn das Spiel einfach nicht als Spieler kann, sondern einfach nur als App, die mal eben offen ist. Keine Ahnung, das ist so nervig. Alle 3 Sekunden geht das Display aus, wenn du nichts machen tust. Hallo Kian, moin. Ja, das geht ja gleich gut los hier. Was ist denn das hier? Das ist ja geil. Die neue Tokio-Strecke mit gar keinem Charakter und einfach keinem, keiner, keinem richtigen Cars. Super. Ja, moin. Nur scheiße hier. Super. Ja, ich hoffe auch gleich, geht mal die Glocke bei YouTube raus. Wäre zumindest sehr schön. Ja, moin. Wir fangen schon mal an mit der Tokio-Strecke. Hallo Team X2, moin. Servus, moin. Und hallo The Killer, moin. Warum gibt es keine Kreismap? Ja, gute Frage, ne? ST, Niro, Tiro, moin. Oh Gott. Okay, erstes Mal die neue Strecke. Hab sie noch nicht gespielt. Passt der Sound soweit? Ich hoffe es mal, ich denke mal schon. Wir haben die Blase, alle klar. Ui, es gibt einen Tunnel. Ah ja. Zumindest so ein bisschen. Ich hoffe, jetzt sind wir mit den Punkten zumindest am Anfang noch ein bisschen großzügig. Am Ende sind die Punkte ja unmenschlich. Mit 10.000 seinen letzten Strecken. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Ich weiß es zumindest nicht. Da musst du echt viel Partyzeit haben. Und naja, mit einem Item... Ach, wir haben doch zwei. Ach so, ja gut. Immerhin. Immerhin das. Hab jetzt Tage so richtig nicht mehr gespielt. Muss mich erst mal wieder dran gewöhnen. Hallo, Hammer, Bro. Moin, Servus, moin. Was geht's? So, auf jeden Fall werden wir später noch ein paar Röhren zünden. Es gibt auch neue Angebote. Und da kann man durchaus zuschlagen. Mal irgendwann. Bimspaul, hallo. Moin. So, 5.200. Das Wetter wird für die erste Strecke reichen. Schließlich ist es auch die erste Strecke für alle, die jetzt neu anfangen mit dem Spiel. Hallo, Achmed. Moin. Oha, fast. Stufe 17. Sehr schön. So, unser Baby Peach Levitt ein bisschen. Hallo, Basch... Baschdi. Hallo, Moin. Oh, achso. Lächerlich. 2.200. Easy. Gar kein Problem für uns. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Gar kein Stress. Oh. Easy. Wird die ersten Tage werden die Mission wieder ganz leicht sein, weil einige starten ja jetzt auch mit dem Spiel ganz neu. Da muss es ja ganz leicht sein. Wie geht's? Mir geht's wunderbar. Und dir? So, Marius Piste mit Peachette. Auch die habe ich nicht. Aber wir haben Toilette. Aber immerhin ein gutes Kart. Joa, ich würde sagen, die Ausgangssituation ist ganz okay. Mal gucken. Logolai, auch moin an dich. Moin zusammen. Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Ich bin hyped auf die neue Season. Endlich mal wieder ein paar neue Strecken. Die alten waren ja schon ziemlich öde. Und vor allem hatte ich das Gefühl, die letzte Woche nichts mehr zu tun, weil ich mit allen Cups durch war. Das war ein bisschen lame. Hallo, Paul. Hast du auch schon gespielt hier, das neue Spiel? Einige haben von euch auf Schule, zum Beispiel NRW, ein ganz großes Bundesland. Wir haben ja aktuell in der Schule, zumindest einige. Kommen so langsam nach Hause. Aber ich hatte keinen Bock mehr zu warten. Ich dachte mir so, nee, du spielst das jetzt. Weil ich sitze hier ganz da rum und denke mir so, ich will hier mal anfangen. Die Hälfte hat hier Ferien oder so, keine Ahnung. Dann haben wir so, nee, das geht's doch nicht mehr weiter hier. Alter. Das ist eine Bombe. Geh mal weg mit der Bombe. Ey, es war so klar. Alles, moin. Ich hab Ferien. Das ist gut. Noch zwei Tage. Was meinst du mit zwei Tagen? Noch zwei Tage Schule oder was? Naja. So. Marius Piste vom 3DS. Wann auch immer da jetzt das mit der Luft nicht geklappt hat. Keine Ahnung. Oh, das sieht aber hier in der Röhre ganz geil aus, muss ich sagen. Gerade für Handyverhältnisse. Gerade für Handyverhältnisse. Also ich find die Grafik echt ziemlich geil, muss ich sagen. Gut, ich hab die Grafik noch ein bisschen besser gemacht, weil ich ja Profi bin. Hier noch ein bisschen Grafik raufgehauen. Aber trotzdem. Oh Mann. So ein Scheiß. Fius Nummer 110. Ja, das ist echt mal schon mal eine Nummer. Oh Mann. Ich wollte gerade ein Item zünden, aber ich hab ja noch. Kommt jetzt ein neues. Aber sechster Platz geht gar nicht. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem noch, weil die relativ großzügig sind mit den Punkten. Mal gucken. So, die kann ich auf jeden Fall treffen. Den mit der Bombe treff ich mal lieber nicht im Schall, geil. Und hoffentlich wirft er die auch nicht. Oh Junge. Das war wieder ziemlich knapp. Jetzt nehmen wir mal die Luft mit. So, wunderbar. Ich zünd noch mal eine Röhre in der Itembox. Nimm doch. Ah, Mist. Nur Vierter. Das ist nicht so geil. Auf meinem Handy ist die Grafik voll schlecht. Ja, das ist anscheinend nicht so eine gute Grafikkarte oder Chip. Keine Ahnung, wie man es auf dem Handy nennt. Seid ihr enttäuscht, dass kein Online-Modus da ist? Ich hab nicht damit gerechnet, dass der heute da ist. Deswegen bin ich nicht enttäuscht. Nein. Nein. Deswegen bin ich nicht. Bin eher traurig, dass meine ganzen 5-Sterne-Cups alle weg sind. Okay, am Anfang sind die noch sehr großzügig. Das ist sehr ehrenvoll von denen. Sehr nett von denen. So, ich würde sagen, wir machen den ersten Cup durch. Und dann ziehen wir vielleicht mal ein paar Röhren oder so. Keine Ahnung. Mal gucken, mal gucken. Ui! Okay, SNS-Regenbogen-Boulevard mit dem Metal-Macher, Leute. Metal, 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 Metal. So, nehmen wir mal den hier. Metal, Metal, Metal. Jetzt geht's hier los. In 3 Tagen läuft mein Probe-Abo ab. Dann kann ich mir noch Geschenke der neuen Season gönnen. Ja, bei mir auch. 3 Tage, glaube ich, ist mein Abo auch noch. Metal, Leute, genau. So, jetzt haben wir hier Metal-Modus. Metal, Metal, Metal. Und die Strecke kennen wir ja alle zu Genüge aus SNS, Super Mario Kart, von Mario Kart Circuit. Wie heißt das? Super Circuit? Ja, Super Circuit für den Nintendo Game Boy. Da wart ihr meist noch nicht mal auf der Welt, ey. Und dann auf Mario Kart 7 und auf Mario Kart 8, Galax. Ja, also die Strecke. Ich weiß nicht, was Nintendo mit dieser Strecke an scheint. Mögen die die sehr gerne. Keine Ahnung, was da los ist. Ich merke auf jeden Fall, die ist hier deutlich schmaler. Auf jeden Fall. Also das wirkt hier alles ziemlich schmal, das Ganze. Aber okay. Hallo Lukas64, moin. Hallo Gamer Noah, auch moin an dich. Ihr habt doch alle schon gespielt, die neue Season? Oder kommt ihr gerade erst nach Hause oder so? In der Schule schon gespielt. Direkt das Update gezogen. Ihr müsst euch dann nämlich das Update runterladen. 100 MB oder ist das groß? Dann kann es hier losgehen. Ah. Okay, jetzt läuft es hier mal ein bisschen besser, das Ganze. Vor allem kann man hier richtig geile Stunts machen. Sehr nice. Da kommen wir mal am Stachy. Aber nur du. Kein Stachy für mich. Hallo Tender Gamer. Moin. Daumen hoch für meinen Skill, Leute. 140 MB. Okay, ja. Das war ja hier gar kein Problem mit meinem DSL-Modem. Stufe 17. Ja man. 100 Münzen. Optimal. So kann es gerne anfangen. Also ich mag diese Strecke nicht so gerne. Ich eigentlich auch nicht. Aber obwohl. Ich fand sie eigentlich ganz geil gerade. Mit den ganzen Stunts, die man da machen kann und so. Das ist schon ganz nett. Und das reicht natürlich locker. Easy. Wir sind natürlich Profi. Gar kein Problem für uns. Sehr schön. Also am Anfang ist es ja noch gar kein Problem hier für mich. Wenn du das erste Mal spielst, dann okay. Aber für Profi ist natürlich nichts hier. Turbo. Die fangen also sehr ernsthaft wieder mit dem Turbo-Start an. Wie beim ersten Cup. Wie bei der ersten Season. Alle liken, genau. Liken, wenn es ihnen gefällt. Und mein Skill ihnen auch gefällt. Ja, das ist ja hier gar kein Problem. Oh, Junge. Heftig. Das war die Herausforderung, die ich haben wollte. Bin kurz weg. Will was nachschauen. Alles klar, hau rein. Bis gleich. Ja, dies war hier jetzt gar kein Problem. Easy. Wie schafft man bitte Turbo-Start Punkte 5? Wie schafft man das? Am 10.10. kannst du dir um 16 Uhr eine Luigi's Mansion 3-Figur kaufen? Wo? Haben die das gerade angekündigt, oder was? Wuhu. Ersten Cup geschafft. Sehr schön. Vielleicht hast du hier eine Neuigkeit, oder was? Nee. Auf jeden Fall gibt es hier viel zu kaufen. Diddy Kong kann man kaufen. Rosalina. Und noch andere Sets. Wir können ja mal in den Shop kurz reingucken. Gucken wir da mal rein, meine Lieben. Ja, hier neue Angebote. Rosalina-Paket. So ein kleines Paket. Und Diddy Kong-Paket. Sie lohnen sich mehr, als wenn man diese Dinger hier einzeln kauft. In der Tat. Also das hier unten lohnt sich auf keinen Fall. Hallo Antonio. Und hallo auch Mario Kirby. Und der eine auf Moinan 6. Oh Gott. Kilian hat's echt rausgehauen hier. Dann würde ich sagen, lass das Röhren zünden beginnen. Der Eiergott wünscht dir auf jeden Fall viel. Jawohl. Glück beim Zin. Ich wollte gerade sagen, der Sound ist noch da. Ich habe das leider immer noch nicht behoben bekommen. Deswegen muss ich jetzt leider das Spiel neu starten kurz. Ich habe es noch nicht behoben bekommen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich könnte höchstens OBS mal neu installieren. Aber dann darf ich ja alles neu einstellen. Da habe ich auch noch keine Lust drauf gehabt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall danke dir Kilian. Herzlichen Schätzchen Kilian, Leute. Er gönnt uns eine ultimative Röhrenzündung. Also wenn das nicht großzügig ist, dann weiß ich auch nicht. Eine ultimative Röhrenzündung. Ehre an dich. Hab mich voll erschreckt gerade. Ja, ich auch. Hallo. Gib mal Auro, Junge. Ich liebe es, wenn die Algato nicht das macht, was sie soll. Jetzt aber. Wunderbar. Danke dir auf jeden Fall. Richtig ehrenvoll. Und ja. Jetzt seht ihr da oben schon. Das Paypal-Icon. Also einige, die es halt kennen, die sehen es jetzt da oben. Das Paypal-Icon. Heißt, ich soll mir jetzt gönnen. Und das machen wir jetzt auch. Aber dafür muss ich halt kurz das Bild ausschalten. Wegen Paypal-Bezahlung und sowas. Ihr wisst Bescheid. So. Ihr hört aber die Musik noch. So, warte mal. Jetzt gehen wir einkaufen. Danke dir Kilian. So. Wir kaufen uns das Rosalina-Paket. Für 21,99. Das kann ich mir nochmal ganz kurz zeigen hier. Warte mal. So. So sieht das Ganze aus. Wir kaufen uns das Rosalina-Paket, Leute. So sieht das aus. Und Lisa. Da bekommen wir 45 Rubine. Die geile Rosalina. Das ist meine Frau. Und 5-mal ein Stern-Ticket. Und genau das kaufen wir uns jetzt mit Kilians Geld. Ehre. So. Deswegen noch über Paypal. Weil dann habe ich es auch sofort. Nicht wie bei YouTube. Wo ich noch 60 Tage warten darf. So. Okay. Gönnung. So. Was passiert da jetzt? Jetzt muss ich mir die durchlesen und akzeptieren. In der Tat. 2 Euro Guthaben von Google. Ah ja. Ehre. Google schenkt mir 2 Euro. Die schenkt mir 2 Euro Rabatt. Ah ja. Sonderangebot. Ah ja. Ehre an Google, Leute. Alle Hashtag Google Ehre in den Chat. So. Ähm. So. Das passt soweit. Hallo. Kannst du jetzt mal anmachen hier. Ausmachen vor allem. So. Paypal in der Tat. Danke dir, Kilian. Ehre. So. In Bearbeitung. Sehr schön. Ah ja. Jetzt geht es los. So. Wir bekommen. 5 mal Stern Ticket. Unsere Rosalina, die Opa, Zicke. Durchfache viele Tore. Durchfache viele Tore nacheinander, um deine Rivalen hinter dir zu lassen. Keine Ahnung, was das für ein Special Item ist. Auf jeden Fall ist es ein neues. Und 45 Rubine. Ja, Mann. Sehr schön. Was ist denn jetzt? Bin ich wieder da? Was war das denn? Lebe ich wieder? Jetzt dachte ich gerade mal in... Keine Ahnung was. Toll. Bin wieder da. Hallo. Was ein Scheiß. Abgestürzt. Ja, keine Ahnung. Nach dem Paypal kauft, dachte ich, wo mein Router oder so. Nö, Mann. Jetzt reicht es mir für heute. Absolut lächerlich gerade. Oh, geil. Das war ja natürlich jetzt noch nicht geplant. Das ist ja auch noch oft. Was ist denn jetzt los? Bin ich wieder da? Bin ich wieder da? Mann, dann würdest du einmal mal einen vernünftigen Stream machen? Dann kackt die Scheiße nach 30 Minuten sofort ab, ey. Was ist denn das für ein Mist? Das ist keine Sau zu Hause. Boah, deutsches Internet, ey. Ich könnte kotzen, ey. So, sind wir jetzt wieder da? Wie, wie? Ja, nee. Hä? Es lädt. Warum lädt es das? Hä? What the fuck? Super, ey. Oh, Gott. Was war? Es ist längst wieder da alles. Das Handy geht nicht alle zwei Sekunden aus, Junge. Wie geht da ja immer noch nix. Geht's jetzt wieder? Hä? Da, ja, ist er, geht das wieder? Ja, das geht schon seit fünf Minuten gefühlt wieder. Und wenn YouTube nicht auf die Reihe kriegt, das hier mal wieder in die Reihe, in die Gänge zu kriegen, seit fünf Minuten ist alles wieder grün. Aber das läuft trotzdem nicht. Was war das denn? Boah, wie ich meinen Router manchmal auch hassen kann, ne? Auf einmal einfach so PC, kein Internet mehr. Alles klar. Gut. Was war? Ich hab keine Ahnung. Ich bin zu meinem Router gegangen, da war alles normal. Keine Ahnung. Mein PC war einfach irgendwann nicht mehr mit dem Router verbunden. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt schon wieder schiefgelaufen ist. So, wir sind heute professionell, da schneide ich raus. Später. So, nach einer kleinen Unterbrechung sind wir jetzt hier wieder am Start. Und ja, wir waren gerade bei den Charakteren. Und ja, es gibt ein paar neue. Und zwar Baby, Rosalina, die Kooperlinge, Lakito, Bowser Jr., Vario und halt den Typen hier. Mit irgendeinem Münzblock. Versprüht Münzen, als gäbe es kein Morgen. Ah ja. Ah ja. So. Okay, Leute. Ein historischer Moment. Wir haben jetzt 79 Kristalle. Wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. So. Okay. Dann geht's mal los. Ja, wir zünden. Ich weiß gar nicht. Wollen wir überhaupt 10er zünden? Was ist besser? Also, ihr habt ja immer... Viele... Ich hasse es, wenn das einfach nach 2 Sekunden ausgeht. Was ist besser? Ist es nicht vielleicht sogar besser, wenn wir einfach Einzelröhren zünden? Weil dann haben wir eine höhere Chance auf eine Goldröhre. Was ist besser? Das ist die Frage der Frage. Hm. Hm. Bin wieder da. Nice. Den einzigen ganz speziellen Charakter, den ich habe, ist... Oh Gott. Handy, was soll ich mit dir machen? Soll ich dich jetzt hier... Ich touche dich die ganze Zeit rum. So. Einzel spannender. Ja, lass mal Einzel machen. Die 10er ist besser. Ja, aber bisher hatte ich in den 10ern nie Glück. Ich glaube, wegen der einen Röhre, das lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, Einzel ist echt besser. Ich glaube, Einzel ist echt besser. Weil, das ist eine höhere Chance. Mal wieder irgendwie hier... Ich hoffe, meine Spende bringt dir Glück. Ja, wir ziehen erstmal mal eine Einzelröhre. Dann sehen wir weiter, Leute. Wir haben ja eh viele. So. Los geht's mit der ersten Röhre. Komm, spiel ab Ehre. Scheiße. Hm. 10er ist besser, sagst du? Aha! Gut. Das erste war ja schon kacke. Pius mit seinem Huawei-Handy, das maximal zwei Jahre Android-Handy bekommt. Was? Das maximal zwei Jahre Android-Handy bekommt. Was meinst du denn damit? Ich würde Einzel machen. Was soll ich jetzt machen, ey? Ist 10er, ich bin egal. Ja, eine Röhre hast du gewinn gemacht. Aber bisher habe ich in den 10er-Röhren nur Scheiße, um ehrlich zu sein gehabt. Wollen wir den 10er machen? Ich würde Einzel machen. Bruder, ja, was denn? Ich bin mir unsicher, was ich machen soll. Zwei Jahre Android-Updates. Lernschreiben, bitte. Das weiß ich. Was willst du mir damit sagen? Dieses Handy bekommt zwei Jahre Android-Updates ungefähr, wenn überhaupt. Pius fährt wieder Rennen. Nö. Ich kann jetzt keine Rennen. Oh Gott. Hallo! Ja, natürlich. Geht einfach dauernd aus, ey. Ich hatte aus 10er nur Scheiße bis jetzt. Ja, ich auch. Wollen wir jetzt 10er machen? Ich bin mir echt unschlüssig. Kilian, was sagst du? Soll ich 1 mitmachen? Dann macht man zwar einen Verlust, aber vielleicht ist es besser. Was soll ich machen, Kilian? Entscheide du mit 1. Fius, wenn aus den 10 Euro nichts kommt, dann spendiere ich dir noch etwas. Ah ja. Okay, wir machen jetzt mal die 10 Euro, Leute. Aber wenn da jetzt nichts gold ist... Ja, komm, wir machen es. Komm. Komm. Easy. Gold! Komm! Gold, 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 gold! Kein Gold! Das heißt schon mal nichts Gutes. Das heißt schon mal nichts Gutes. Kein Gold. Belastend. Hallo, Blue. Mit zweiter Count. Moin. Okay, ich habe ihn noch gar nicht. Also, Freude HD. Den habe ich aber schon. Machen wir weiter? Ey, der alte Larry ist am Start. Hallo. Servus. Den Typen brauche ich nicht mehr. Habe ich nicht nötig. Die alte habe ich auch nicht nötig. Ey, Mann. Ich könnte schon wieder heulen, ey. Der ist nicht mal neu. Trigger ist groß. Immerhin. Zwar nichts Episches, aber immerhin ein neues Auto. Mann. Das ist schon wieder alles Kacke hier. Kann man mich adden? Du kannst mich gleich beerdigen. Das war's. Ah, ja. Ich sehe dich schon wieder auf Discord. Hammer, Bro. Ich habe Mario im Hochzeitsauto gefunden. Und ich habe irgendwelche Kleider bekommen. Und ich bekomme wieder gar nichts. Nur graue Items. Ey. Jetzt haben wir noch 29. Das reicht mir schon wieder, ne? So. Schon eine Scheiße hier schon wieder. Ich habe echt... Ich bekomme gar nichts. Guckt mal, ich glaube, das hat an hier. Wir bekommen hier keinen epischen. Das ist... Das ist... Das grenzt an Betrug. Moin, Pios. Hallo. Das grenzt an echt an Betrug. Nur kein epischen Charakter. So, wir machen jetzt mal weiter hier. Scheiß 10er Röhren. Ich vertraue dir nicht mehr. Ich setze jetzt auf 5er Röhren. Am Anfang rausballern ist sehr gut, die Röhren. Den habe ich gerade eben bekommen. Als würde es sonst nichts geben, ne? Als würde es sonst nichts geben. Junge! Was ist das denn? Frostschutz-Tropfengleiter. Eier. Episch. Das ist jetzt mein neuer Swim-Titel. Ich habe den Frostschutz-Tropfengleiter bekommen. Oh! Was ist das denn, Alter? Aus welchem Spiel ist dieser Gleiter, bitte? Mal weiter. Geiler Name auf jeden Fall. Gebt mir was Goldes. Ey, das ist doch echt nur noch Betrug hier, ne? Ich hatte 74 Rubine. Und die geben mir echt gar nichts. Ey! Leute, jetzt eure Vermutung. Was ist da drin? Was ist da drin? Eure Vermutung. Jetzt in den Chat. Was ist da drin? Und für diese Ziehung hast du quasi gerade 1.1999 bezahlt. Ja? Kilian, rest in peace. Es war so schön. Tokio Peach. Ich bestimmt wieder irgendwie so ein doofer Gleiter. Ich will einen Charakter. Und keinen doofen Gleiter. Weißt du, ich habe in der letzten Season den Taxi-Gleiter bekommen. Ja, der ist halt cool und so. Aber ich hätte das Taxi lieber bekommen. Oder Pauline. Okay. Ich drücke mal drauf. Und... Ich gucke gar nicht hin. Ich gucke gar nicht hin. Ich gucke am besten gar nicht hin. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Na dann. Bestimmt wieder irgendein Gleiter oder so. Safe. Safe. Hey, wir sind Nintendo. Wenn wir dir Gold geben, dann bestimmt ein Gleiter. Ich gucke da gar nicht hin. Ich drücke jetzt um. Ich gehe am besten einfach nur raus. Ich gucke am besten in den Chat. Warte, ich gucke in den Chat. Ich gucke nur in den Chat. Warte mal. RIP. Oh Gott. Wenn der nicht. Ich höre jetzt schon wieder. AHAA! AHAA! Ist immer dasselbe hier im Saftladen, ey. Der Goldkleiter. Ah ja. Du hältst viel öfters Münzen. Setzt du eine ein, dann hältst du mehr Münzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hallo? Ich wollte gerade sagen, der Sound ist jetzt weg. Das Einzige, was ich kriege, ist ein Gleiter. Ey, das ist nichts zum Heulen. So, wir haben noch eine. Jesus. Immerhin ein neues Auto noch zum Letzten. Oh, Pulse Hamburg. Wir haben ein Problem. Alter, wir spielen ein bisschen Sprachlust. Was soll das jetzt hier werden? Ah, das ist doch schön. Yeah! Wir bekommen nochmal zwei Eichenboxen. Da können wir nochmal eine Runde ziehen. Ich ziehe auch gleich was anderes, ey. Wenn das hier so weitergeht. So. Einmal ziehen geht noch. Kann ja nur besser werden. Aber ich ziehe nie wieder Zehnerröhren, ne? Das ist einfach nur Kacke. Ich ziehe nur noch, ich ziehe nur noch die Fünferröhren. Zehner kannst du vergessen. Hier bekommst du Besseres. Kack auf die Zehnerröhren. Die schmeißt ich aus dem Fenster. Die Fünfer sind viel besser. Das da ist einfach nur Kacke. Dann bekommst du nur den letzten Abfall, der bei McDonald's im Müll landet. Den bekommst du dort. Ich will auch eine Oberzicke haben. Peach ist doch so schön. Obwohl, die hat mir ein bisschen zu viel Kleidung an. Aber das ist ein anderes Thema. So. Nach dem ganzen Beschiss geht es jetzt hier mal weiter mit dem nächsten Cup. Das reicht mir langsam hier. Mit dem Lakitu Cup. Mit Cooper. Oh. Cooper Großstadt Fieber. Sehr schön. Mit Bowser am Start. Pierce zieht ein Joint in Stream. Kann passieren, ey. Oh mein Gott, ey. Ja, Kieran. Rest in Peace auf jeden Fall. Rest in Peace. Pius ist der Gleiter-Magnet. Keine Ahnung, was das ist. Ein Gold-Gleiter. Immerhin gibt er mir Geld. Geld ist sehr gut, auf jeden Fall. Die Musik der Strecke ist geil. Das stimmt. Leute, Daumen hoch für meinen Betrug. Als Mitleid. Nach dem Stream kriege ich sowas von heute. Wir hatten 75 Kristalle. 75. Und 30 habe ich auch noch gespart von der letzten Season. Das ist so belastend. Ja, also wenn das Set-Life hier am Start ist. Auch die Strecke ist deutlich schmaler vom Ganzen. Ah ja. Ah ja. Das ist meine Lieblingsstrecke in MK7. Ja, ich mag sie auch sehr gerne. Die finde ich ganz geil. Aber die hat hier eine ganz andere Setting. Also die Farben sind einfach mal komplett anders. Also die Strecke wirkt komplett neu. Alles anders. Alles anders hier. Scheiß Bombe. Wo sind die denn alle? Kann ich da fliegen eigentlich? Ja, Mann. Bin Profi. Ach, die Musik ist ein bisschen anders. Das wirkt wie so ein Remake. Oder ein... Ähm... Wie heißt es denn das? Remix. Genau, so ist das Wort. Panzer! Ab nach vorne mit dir. Und du mal Schüss. Hau rein, Kollege. Immerhin kann ich hier nicht runterfallen. Durch die Schlauchsteuerung. Sonst wäre hier echt West in Peace. Okay. Es war so klar. Junge! So ein Mist. Ob das reicht? Eventuell schon. Mal gucken, mal gucken. Rainbow Road 2.0. Pius, wieso gibt es in MK Tour kein Anti-Gravity? Naja, weil das einfach nicht sein muss, finde ich. Das ist die Runde 2 Musik-Keck. Ja, ja. Warum werden eigentlich gefühlt nur 3 der Strecken gemerkt? Ich will die Switch-Strecken. Ja, keine Ahnung, ey. Reicht das? Ja, das ist ja ganz großzügig hier. Die hat man automatisch aktiviert. In der Tat. In der Tat, Lisa. So, das war doch wieder sehr schön heute. Bisher. Ich will bis zu dem hier. Dann bekomme ich 10. Oh, wie großzügig. Marius Piste 2. Mit unserer neuen Rosalina. So kann es doch hier losgehen, würde ich sagen. Ich will meinen Polarkreis parkour. Nein, die Strecke ist Gift. Ich hasse diese Strecke. Dann bekomme ich hier Twitter-Nachrichten. Grüße gehen raus an Kamayi. Servus. Was heißt später? Ja, mal gucken. Ich hätte das hier eh nicht mehr lang aus. Heult, Junge. Später, Bruder. Hab keine Zeit. Muss mich hier verarschen lassen in Marokatur. Grüße gehen raus. Was ein Mist. Was ist das denn jetzt hier? Ah ja. LOL. Das ist ja mal ein geiles Item. Das ist ja mal geil hier. Free to play, ja. In der Tat. Free to verarschen hier, ey. Wir kommen zu Mario Kart Shop Tour. Wir haben heute wieder sehr viel Spaß. In Mario Kart Shop Tour. Ah, nur Dritter. Nur Dritter. Kommt auch nur wieder Mist. Okay, das ist jetzt ganz geil. Dann bringt mir auch nichts mehr. Okay, die Runde geht noch ein bisschen. Ich hasse es ja, wenn die Strecken immer so schnell zu Ende sind. Und du auch noch schlechte Items bekommst. Kann man das hier so machen? Ja, Mann. Okay, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Wusstet ihr, dass man vom Blooper getroffen wird? Kann man an die Farbe mit dem Finger? Ja, das weiß ich. Bin ja Profi. Erweitere dein Spielerlebnis. In der Tat. In der Tat. DJ, ja. Ich fühle mich richtig gut hier. Immerhin hier läuft's. Immerhin. Immerhin das. Hä? Die hatten wir doch schon. Als ob selbst jetzt noch die Strecken remaked werden. Bis die sind nochmal hingepackt. Was ist das denn? Als ob. Wie lächerlich. Als ob wir jetzt nochmal dieselben Strecken aus der letzten Season auch nochmal hier haben, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay. Ich dachte, die haben sich wenigstens fünf neue Strecken einverlassen, die sie immer und immer wieder neu machen. Aber nein. Wie oft ich's pisste. Haben anscheinend noch nicht genug gespielt. Das muss anscheinend nochmal dran kommen. Ah, ja. Als ob sich Nintendo Mühe machen müsse. Ja, 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 genau. Die machen sich... Das war eh so lustig, dass das erste Update zu diesem Spiel ein Update war. Hey, wir haben auf die Startseite noch einen Shop-Button hinzugefügt, damit du ihn noch schnell finden kannst. Ah, ja. Anstatt Bugfixes oder so, weil irgendwelche Leute nicht in das Spiel reinkommen oder so. Nö, nö. Als erstes kommt der Shop-Button. Das ist das Wichtigste. Da immer auch so, alle klar. Alle klar. Immerhin habe ich jetzt drei Items. Immerhin etwas. Ah, das war gerade echt wieder... Super. Ey, diese Strecke lassen wir uns nicht mal sehen. Wie auf habe ich die schon gespielt? Immerhin unseren Yoshi am Start. Der Keck. Vielleicht kann der hier was reißen. Mal gucken. Boah. Immerhin sind die großzügig mit den Punkten am Anfang. Die Punkte kriegst du ja hinterher geschmissen. So. Aber das mit den Röhren war schon wieder so belastend. 75 Röhren habe ich aus. Ja, 75 Kristalle. Uff. Sehr belastend. Yoshi ist süß. Ja, das ist er. Toad ist geiler. Guckt euch diesen Yoshi an. Was ein netter Typ. Und Blue, hast du das Spiel inzwischen auch mal gespielt? Oder kommt die das nicht auf dein Handy? 5700 Dollar ausreichen. Rubine. Ja, Rubine, Kristalle, Kackboxen, wie auch immer man die nennt. Irgendwann von beiden. So. Never. Okay. Das kommt ihm nicht aufs Handy. Okay. Ja, das Spiel ist grundsätzlich ja schon ganz gut. Aber ich habe einfach kein Glück. Andere ziehen eine Röhre, bekommen gleich den epischen Charakter. Ich bekomme gar nichts. Was kommt jetzt? Ah ja. Ah ja. Immerhin zwei neue Kristalle. Sehr gut. Und nochmal welche? Ne, Münzen. Ui. Es geht weiter. Yeah. Da freue ich mich. Geht's noch weiter? Nö. Okay. So. Nächste Rennmission. Durchfahre 15 Tore. Oh, das ist ja sehr schwer. Ja. Joa, mein Handy sollte passen. Ja, dein Handy sollte passen. Das ist ein Hurawai Mate 20. Das kann ich mir ausprobieren. Jetzt musst du durch Röhren fahren. Ne, durch Ringe. Durch Tore, Ringe, irgendwas. Das war bisher immer sehr leicht. Und ich denke mal, das ist hier auch sehr leicht. P20. Achso, ja, das passt auch. Das passt. Das ist von diesem Jahr. Ne, letztes Jahr, glaube ich. Aber trotzdem. Das passt. Das ist nicht das Problem. Oh Gott. Einen ausgelassen. Aber passt schon. Was du, by the way, bisher auch nicht bestimmt nicht wusstest. Und ich auch nicht. Man kann es mit der Elgato aufnehmen, was ich jetzt auch gerade mache. 34. Sehr gut. Was war die größte Spende, die du jemals bekommen hast? Ich glaube, von Kilian. Aber wie hoch war die nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall Kilian. Ehre. Drei große Sterne. Drei große Sterne. Sehr gut. Warum hast du die Fahrhilfe an? Das ist für mich keine Fahrhilfe. Das ist für mich die beste Steuerung. Das andere ist einfach nur Dreck. Jetzt mal ganz ehrlich. Und dann auch noch nebenbei auf den Chat achten, Tools und so. Das ist einfach die komfortable Steuerung. Das andere ist einfach blöd. Das geht. Ich dachte, man braucht die Special-Kabel. Ja, also man braucht so ein HDMI zu USB-C-Kabel halt. Weil beim Handy kommt der USB-C rein und beim Elgato halt HDMI. Absolviere 50 Sprungturbus. Ah, ja. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Bruder. So Leute, jetzt mal alle die Daumen drücken. Pius, hol dir deine 135 Urbine ab und dann alle Röhren eh. Junge, ich kaufe mir doch nicht für 80 Euro jetzt hier Röhren. Ist das dein Ernst? Das kannst du nicht machen. Das ist auch noch der Soundwerk. Blue, kannst du mir irgendwie helfen? Wenn ich eine Donation kriege, ist danach kurz der Soundwerk. Ich muss immer den Audio-Eingang kurz switchen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Hast du das auch? Okay, Leute, Herzen in den Chat für Kilian. Bist du gestört? Ich kaufe mir doch jetzt nicht für 80. Das will mir aber nie. Das habe ich jetzt seit ein paar Tagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Seit ein paar Tagen habe ich das Problem. Wir machen jetzt erstmal den Toad Cup, Leute. Wir müssen erstmal... Schon wieder dieselbe Strecke. Wir müssen uns mal ein bisschen beruhigen. Und dann sehen wir weiter. Erstmal machen wir jetzt die nächsten Strecken. Ein bisschen beruhigen, Leute. Und dann sehen wir weiter. Für 80 Euro soll ich mir jetzt hier Röhren kaufen? Das kann ich keinem erzählen danach. Vor ein paar Tagen, wie ich so auf Twitter... Ich kaufe bei Nintendo oder ich kaufe bei Mobile Games nichts. Dann kommt Kilian. Und sagt so, ja, kauf mal. Oh, was war's? Immerhin per Paypal. Ja, okay, okay. Wenn du unbedingt willst. Aber wir machen erstmal den Cup hier durch. Nicht eine Röhren zu, noch der andere an. Wir müssen erstmal ein bisschen Pause dazwischen haben. Dann geht ja 80 Euro. Wie viele Röhren sind das? Ey, du bist doch irre. Also ich finanziere heute für... Keine Ahnung. 10 Leute mindestens dieses Spiel. Sehr gut. Keine Ahnung. Was für Nintendo bestimmt pro Person mindestens 10 Euro? Locker. Wenn wir heute 100 Euro ausgeben haben, haben wir heute für 10 Leute das Spiel finanziert. Das ist schon mal eine gute Sache. Scheiße, ich hab mich gerade am Trinken verschluckt. Als Pius gesagt hat, willst du mich verarschen? Junge. Ich dachte, du bist auch so schügert wie ich. Dass wir heute Geld ausgegeben haben, ohne irgendwas zu bekommen. Und Kilian so, ja, dann erst recht. Ah ja. So, erstmal fahren wir jetzt den Cup hier fertig. Sonst platzt mir eine Schlagader. Und schon wieder dieselbe Strecke. Was ist denn da los? Ich stecke euch 100 Euro in den Arsch. Und darf ich dieselbe Strecke nochmal spielen? Mann. Das ist jetzt zwei neue Strecken, ey. Hilfe. Gib mir Mark hat 9. Gib mir vor allem den ersten Platz. Gut. Hilfe. Jetzt sind wir bestimmt 40 Rennen oder so. Ich hab keine Ahnung, was das wird. Pius wird jetzt zum Lootboxen. Ja, Mann. Heftigstes Loot-Unboxing Deutschlands heute hier. Ey. Was ist da los, ey? Was ist da los? Nice. Glückwunsch hier. Was hast du gemacht, Gehirn? Ich kann schon nicht mehr reden, ey. So. Ähm. Alles wird gut. 9000 Punkte. Ah ja. Ah ja. Ja, also ich merke schon, das ist hier sehr easy bisher. Sehr easy. Ist das deren Ernst? Ist das deren Ernst? Ja. Was denn? Ah ja. Immerhin schalte ich ein paar Sachen frei. Lege 10 Wahnsinns-Serien hin. Ja. Ich bin Profi. Komm. Auf unseren Nacken. Nochmal 10 Kristalle. Bruder, Alter. Wenn ich in meinen PayPal-Verlauf heute reingucke, dann denke ich mir so, was hast du heute gemacht? Nix Gutes. Wo hast du einen Hintergrund in so einer geilen Grafik? Äh. Einfach nur Markatur-Wallpaper. So. Wir haben jetzt schon mal 10 Röhren. Wir zünden schon mal ein bisschen. Zum Aufwärmen. So. Gucken, was da drin ist. Hey. Ein grüner Fanzer-Fallschirm. Neu. Sogar selten. Ich sag ja, die grünen Röhren, die normalen Röhren sind besser. Was ist ein extra Video? Ich kann dazu ein Highlight-Video machen. Oder ich auftrage meinen Cutter. Hallo. Bist du da? Ist das schon online? Ich hab mal Auftrag für dich. Der ist online. Oh. Schick. Okay. So. Wir haben nochmal 5. Ehre. Heftigstes Loot-Unboxing Deutschlands. Huuu. Ja, das stimmt. Oh. Die will ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Junge. 80 Euro. Was heißt mal ein Cutter? Also er hat bisher ein Video gemacht. Und er macht auch... Also er wird jetzt nicht mal die Videos schneiden. Sondern nur so Highlight-Videos. Ihr kennt ihn ja alle, den Keks. Aber das eine Highlight-Video hat er halt mal gemacht. Was sofort werbeunfreundlich wurde. Grüße gehen raus. So. Wir machen jetzt erstmal den Cup durch. Und dann geht's los. Ich muss es ja machen. Wird ja gezwungen. SMPs. Blue denkt erfolgreich. Ja, erfolgreiches Denken, Leute. Erfolgreiches Denken. Das wird hier groß geschrieben. Ai, 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 ai. Fuse kann auch den ganzen Stream online lassen, Blue. Ja, der bleibt eh online. Ich bin ja nicht Blue. Obwohl, er lässt sie ja inzwischen auch online, also. Aber ist das deren Ernst? Wir spielen jetzt wieder Toadpiste. Was ist denn das? Dauernd dasselbe. Oh, ey, 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 ey. Immerhin Punkte machen wir ganz gut. Was verpasst, Betrug hast du verpasst. Hallo, Gamer Toad. Julian, moin. Was ist jetzt los? Ja, also beschweren kann man sich normalerweise eher weniger. Alter, was geht ab? Serie 40. Nein. Du versaust mir jetzt nicht den ersten Platz, ne? Das ist hier meine Lebensrunde. Hör auf. Hilfe. Okay. Alles wird gut. Ai, 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 ai. Ich wünsche, ich hätte zum Zocken auch so viel Zeit wie ihr. Ja. Bin hobbylos. Klapp. So. 80 und 20 Euro, ja. Kieran war heute mal wieder großzügig. Ich soll das fucking für Boxen ausgeben. So. Dritte Strecke. Oh. Mach eine neue. Einmal bitte Applaus. Eine neue Strecke, dass ich das noch mal erleben darf. Warten jetzt ab. Äh, danke schön fürs Abonnieren. Ich frage mich nur wo. Ey. Hoffe die 2 Euro stellen unseren Kontakt wieder her, zwingendes Gesicht. Hallo Glurak, danke dir. Jetzt noch noch der Zaun wieder weg. Hilfe. Kann mir bitte jemand einen neuen Zaun kaufen? Hahaha. Ist das wieder da? Nö. Ist das los? Hä? Jetzt geht's gar nicht mehr. Hallo. Ich glaube jetzt mal das Programm neu starten. Wenn ich Donations kriege, kackt das Spiel ab. Ey, ich könnte heulen. Danke dir auf jeden Fall auch. Herz und Schade für ihn. Mein Name ist 2 Euro, Junge. Ehre. So. Elgato. Software. Vielleicht ist das Programm von Elgato einfach Schrott. Was ist da los? Ist das ganz zu? Hallo? 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 Spreche mit Amasa Davis. Guten Tag. Hallo? Ich will jetzt bitte bei meinem Zaun ändern. Jetzt ist das hier so leise. Endlich. Wollen wir mal. Vollbild hier. Vollbild. Super. Hä? Hallo? Vollbild. Gut. Schwierige Geburt. Ja. Es läuft. Roll Abfahr. Ja, sehe ich auch so. Randy, du musst dein Geld behalten. Du brauchst mehr. Ja, danke dir auf jeden Fall. Ehre. Kilian, ja. Vieles auf privat gestellt. Okay. Wir machen den Cup erstmal durch, Kaya. Und dann geht's wunderübel in das nächste Pack-Opening. Ach du Scheiße. So, jetzt haben wir Toadie. Den neuen Käfer. Sehr gut. Beste Deutsch. Außerdem bin ich ein Ehrenmann und begleiche Wettschulden. Ah ja. Ach ja, du hast mal irgendwelche Wettschulden. Stimmt. Oder? Warst du das du? Weißt du gar nicht mehr. Klasse Zeit, ja. Haben wir noch Zeit ein bisschen. Ach du Scheiße. Für 80 Euro, ey. Hilfe. Immerhin kriegen wir Rabatt, Leute. Bei Google gibt's nämlich aktuell ein 2 Euro. Rabatt auf allen App-Käufe im Playstore. Also, wir kriegen 2 Euro Rabatt. Sehr schön. Das lohnt sich. 2 Euro Rabatt. Das wird mein Leben erweitern. Lenk halt. Ja, super. Irgendwie noch erster geworden. Man sieht kein Bild. Was? Man sieht kein Bild. Was? Beste Runde. Leute, ich habe meine Shoot-Moduls ausgepackt. Ich habe gewonnen. Sehr gut. Warum war das Bild denn jetzt weg? Oh, Mann. Ja, das war ja heute. Sehr gut. Ich bin Deutschlands bester Sima. Guten Tag. Moin. Okay, letzte Strecke. Nochmal Sprung-Turbo. Ah, ja. Fünf Sprung-Turbos. Easy. Hatte nur Angst, einen peinlichen Fade zu zeigen. Ja, das lief auch nicht gut. Am Ende noch irgendwie erster geworden. Das muss ja mega dumm gewesen sein. Ich kommentiere und ihr sehzeitlich war der. Das muss ja mega dumm. Alle denken, es ist so... Was labert der tief? Ja. Gute Frage. Ach, Leute, wir müssen ja Sprung-Turbos machen. Ich sah mir das Geld ein. Wäre schon so geldgeil. Ich habe mich bisher nur aufs Geld konzentriert. Ja, wird schon passen. Der macht die Sprung-Turbos ja eh automatisch. Okay, das war jetzt nicht so gewollt. Aber ich glaube, es reicht. Oder wollen die 20? Keine Ahnung, was sie wollen. Spiel jetzt MK7. Gönn dir. Regenbogenstrecke. Ah, passt, passt, passt. 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 Aber irgendwie ist das schon ein bisschen traurig. Abgeschlossen. Sehr gut. Weil wir haben bisher drei Cups gespielt. Wie viele Strecken waren neu? Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Ja gut, es waren schon sechs. Es fühlte sich mehr recycelt an. Es waren bisher nur eins, zwei, drei Strecken vom letzten Cup. Okay, okay. Da können wir sofort die vierte. Ist das der in Ernst? Die knallen mir hier schon zweimal wieder Joshis Piste rein. Ah ja. So, nochmal Gönnung. Gönnung. Wie soll ich jetzt ernsthaft für 80 Euro Boxen kaufen? Okay, Jan. Ist das dein Ernst? 80 Euro. Was willst du eigentlich von mir? Wird sie jetzt ernsthaft 135? Ja, los, Fius. Warte mal. Wir gucken mal hier kurz. Warte mal. Bei den Angeboten. Vielleicht lohnt sich das ja hier. Warte mal. Wir kriegen da 90. Ich glaube, das lohnt sich mehr, oder? Warte mal. Hier sind das wie viele? 135. Für 75. Ich bin ja jetzt nicht so der Mathe-Profi. Und hier sind es... Hallo! Wird schalt. Und hier sind es halt 90. Lohnt sich das mehr? Nein, ich bin 35. Ja, aber ich meine vom Verhältnis, vom Geld, Leute, meine ich jetzt. 44 Euro. Dann fehlen noch wie viele? Ah, wir haben 90. Dann fehlen noch, ähm, 45. Das sind 30. Das ist 30. Komm, auf 74. Na gut, dann spart 1 Euro. Und Delikon hab ich schon. Man kann das eigentlich trotzdem machen. Man spart sogar 1 Euro. Shadow, bitte nicht spammen. Alles wird gut. Fuck, nein. Hä? Warum? Ja, wie sieht das aus? Äh, lol. Was soll ich jetzt machen? Ich glaub, das lohnt sich hier mehr, ne? Oder, Kilian? Ich glaub schon. Lull. Ja, Nico denkt sich auch so. Lull. Ich glaub, wir machen erst mal das. So, was passiert mal. Ich glaub, wir machen das. Oder was gibt's denn noch? Äh. Also, den Rest haben wir ja schon gekauft. Hahaha. 135. Warum schreibt ihr alle 135? Das ist doch hier besser, oder nicht? Das wird doch hier besser, oder nicht? Da bin ich so doof. Was schreck ich denn da nicht? Krass, jetzt keine. Gamer Toad! Du hast das nicht mitbekommen. Kilian hat mir 80 Euro gespendet, damit ich das hier kaufe. Das ist das Ding. Die Konzept ist besser, ne? Ja. Die Konzept lohnt sich mehr. Ja, wir machen erst mal das hier. Komm. Geht schon wieder aus hier. Weiter mal, muss ich wieder ausmachen hier. Wegen PayPal-Ding und so. So, warte mal. Ist das Geld überhaupt da? Ja, ist es. Das wäre jetzt keine Ahnung. So, okay, gut. So. Okay, wir machen erst mal das. Oh, Jesus. Ich glaube, Nintendo freut sich heute. Nintendo, jetzt kriege ich aber die nächste Einladung zu euren Events, oder? Also, ich möchte zum Animal Crossing Event, bitte. Dankeschön. So. Wir haben es geschafft. Den haben wir zwar schon, aber jetzt ist er bis ins Level 2. 90 Rubine, Alter. Ich könnte umkippen. 90 Rubine. 96 Rubine, Alter. Nintendo, bitte. Nächste Einladung. Ich bin Ehrengast. Special Gast. Ach, du heilige Mutter Maria, ey. Von dem Rest holst du dir andere Abbonate. Okay, ja, wollen wir das nicht aufsparen fürs nächste Mal oder so? Weil, da habe ich für nächstes auch noch mal ein paar Openings, weißt du? Als jetzt alle rauszuballern. Also, weißt du? Wir machen jetzt erstmal auf. Cut! Erste Röhre. Wendy, immerhin eine neue. Sehr schön. Es geht sofort bei der Daumen hoch, Leute. Hallo, Murat. Du kommst gerade zum größten Pack-Opening ever. Ich will auch zum Animal Crossing gewinnt. Ja, Nintendo, lad mich bitte sofort ein. Ich habe so viele... Alter, wenn da jetzt nichts... Wenn da jetzt nicht Piepsch drin ist, ne? Dann kaufe ich nie wieder was. Also, ich erst recht nicht. Dann kauft auch Kian nie wieder was. Gut, die ersten dreien waren schon wieder für die Katz. Okay, wir haben Wendy bekommen. Immerhin jemand irgendwas Neues. Anseuer. Gib mir jetzt Piepsch. Manny, Leute! Was ist das denn? Es geht schon genauso los wie immer. Metal, Leute! Das ist doch schon wieder so eine Kacke hier, ne? Das fühlt sich einfach an, als würde ich, keine Ahnung, so einen Schluck Wasser trinken. Oh. Oh! 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 Leute, was ist da jetzt drin? Eure Vermutung in den Chat? Gold, 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 Gleiter, Ehre. Gold, 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 gold. Handy, geh mir bitte nicht aus. Ich brauch dich noch, süßes Gerät, du. Piepsch, Gleiter. Ich guck gar nicht hin. Ich geh wieder weg. Ich zieh jetzt. Ich guck gar nicht wieder hin. Nö. Ich guck da gar nicht hin. Und? Gematos schreibt Müll. Okay. Es ist der nagelneue Benza. Zwar nicht Peach. Aber es ist der nagelneue Benza. Sehr schön. Die Flingschar. Wie auch immer man die ausspricht. Immerhin. Immerhin. Ein Auto kann schon helfen im Leben. Jetzt haben wir immerhin schon das Auto. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit für das Auto? Wo steht denn das nochmal? Da bei Details. Bei 0,0%. Ah ja. Ah ne. Wahrscheinlich 1,3. Und jetzt können wir es gar nicht mehr bekommen. Okay. Ja dann. Let's go. Nächste Zündung. Zündung. 350. Und bitte? Der geile Gleiter. Peach hat es immer noch bekommen. Ja. Alles noch möglich. Alles noch möglich. Ey. Das ist ja geil heute wieder. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Lacker. Daisy. Habe ich schon. Wir machen Level 2. Aber Kilian. Du bist doch so verrückt. Du bist doch so verrückt. Du bist doch so verrückt. Iggy. Hallo. Na gut. Der ist ja mal neu. Wir kriegen heute wenigstens viele Charaktere. Es war 1%. Okay. Come on. Ja. Juhu. DK Jumbo. Ist am Start. Neues Auto. Das finde ich gut. Gefällt mir. Wir haben ja noch einige Leute. Das arme Geld. Ja. Es schmerzt schon ziemlich stark. Immerhin nicht komplett viel Cuts. Ja. Lemmy. Leute. Wir kriegen einfach alle heute. Pass auf. Hä. Wie schnell ging das denn gerade? Baby. Ja. Gleitschirm. Was auch immer das jetzt hier ist. Immerhin. Soß. Ja. Das ging gerade mega schnell. Gib mir noch eine goldene. Komm. Gib mir noch eine goldene. Please. Shy Guy. Ja. Freue ich nicht. Gib mir noch eine goldene. Ach Gott. Ludwig. Ja man. So tut Kilian zumindest den Ersparnissen von Nintendo was gutes. Das ist genau. Wie ist dein super toller Mod namens Hammerbo hat mich geteilt. Ohne gerade. Ja. Hammerbo. Gute Arbeit. Aber Leute. Nur noch 5 ne. Nur noch 5. Gold. Oh. Gold. Okay Leute. Schreibt jetzt in den Chat. Was bekommen wir jetzt. Schreibt es in den Chat. Was bekommen wir jetzt. Es ist so schön. Wir haben wieder Gold. Auf unseren Nacken. Premium. Genau. Premium. Gell mal nur was sagt. Das ist Premium Leute. Das ist der Premium Scheiße. Wir haben wollen. Okay. Der Gleiter jetzt. Wenn das wieder der Gleiter ist. Dann kackig ey. Okay. So. Ich ziehe wieder. Ich gehe wieder weg. Und wir bekommen. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Was ist das. Ich gucke jetzt mal hin. Oh. Es ist Pichet. Die Oberzicke. Wir haben sie. Juhu. Das ist Pichet Leute. Oh mein Gott. Ich habe das. Ich habe das in den Kopfhörern so gehört. So immer lauter wird der Sound. Irgendwas eskalierter. Ich denke mir so. Was ist denn hier los? Ja. Pichet. Sehr schön. Okay. Noch 4 Zündungen. Was ist denn hier los? Ey Leute. Ihr müsst alle Daumen nach oben sein lassen. Pichet. Ja man. Wendy. Okay. Ah. Das geht hier gut los heute. Das krasseste Pack-Opening aller Zeiten hier am Start heute. Bowser Junior. Pius war doch richtig das Geld gesperrt. Auf jeden Fall. Danke dir. Oh mein Gott. Noch 4. Äh. Noch 4. Schön wär's. Noch 2. Eieieieiei. Komm. Gib mir noch eine Goldene zum Abschluss gleich. Und. Oh. Auch ganz gut. PS Galera. Die kenne ich aus Mario Kart 8 auf jeden Fall. Und nochmal 5. Komm Gold. Ach schade. Und was zum Schluss bekommen wir jetzt? Nochmal Baby Daisy. Okay. Ach du Scheiße ey. Was war denn hier los? Oh mein Gott. Okay. Was geht jetzt ab? Erweiter deinen Rennstall auf 20 verschiedene Fahrer. Ja man. Ach du Scheiße. Okay. Wir schauen uns jetzt mal die Fahrer an. So. Wie voll das jetzt hier ist. Hilfe. Wir haben neu. Bekommen. Iggy. Larry. Lemmy. Ludwig. Roy. Wendy. Bowser Junior. Und Pichette. Alles klar. Jetzt fehlt hier echt nicht mehr viel. Hilfe. Was ist denn hier los? Das denke ich mir auch. Und der Kleider natürlich auch noch. Der Goldleider hat man heute auch noch bekommen. Und den hier. Den hier. Und ja. Ich sag auch noch. Ja. Auf Fahrzeuge ja auch noch. Hier haben wir den bekommen. Den Fisch. Ne. Den hatten wir schon. Und das Ding hier. Und das hier. Ach du Heilige. Hilfe. Pius macht die anderen jetzt auch noch. Da ich bis nächste Woche wegen Arbeit nicht kann. Willst du das ernsthaft noch? Soll ich die auch noch kaufen? Leute. Wollt ihr die auch noch sehen? Ach Gott. Ja. Ähm. Wie viel war das jetzt noch? Oh mein Gott ey. Das ist nicht dein scheiß Ernst ey. Warte mal ganz kurz. Ich geh mal kurz gucken hier. Ach du Heilige ey. Ganz kurz mal in Paypal reingucken. Was da jetzt los ist. Hilfe. So. Ja. Äh. Nicht wieder schließen Paypal. Schon noch offen bleiben. Okay. Wir haben noch 38 Euro Paypal Guthaben. Alles klar. Ja dann. Dann. Ja. Haben wir mal sehr viel Spaß jetzt. 48 war das ne? Nehmen wir mal die 48. Rubine. Gibt's denn noch was anderes? Ne. Bin ich nix für meine Geldklasse. Ach du Heilige. Ja dann. Ich geh nochmal einkaufen. Eieiei. Wenn man einfach los muss. Oh du willst mich so verarschen. Hallo Christian. Yasin du hast so viel verpasst ne? Yasin. Wir haben hier 100 Euro ausgegeben. Yasin du hast so viel verpasst. Du hast so viel verpasst Yasin. Wir haben Spenden. Ich hab Spenden von Kilian bekommen. Oh mein Gott. So wir haben wieder aufgetankt. Kappa. Weiter geht's. Kian was soll ich dazu sagen. Haben wir schon. Lame. Ich bin sprachlos ne? Nintendo. Bitte. Oh. Nein. Das ist mit Spenden. Leute. Wir haben wieder Gold. Eure Predictions jetzt in Chat. Wir haben wieder Gold. Premium. Oh. Arme. Aus dem Fenster. Nagel neuer Premium. Shit. Was wird es jetzt? Peach. Bitte Gleiter. Ich hoffe nicht. Peach. Nintendo denkt auch. Du bist glücksspielsüchtig. Ja die denkt auch gar. Ich hab ne Million gewonnen. Gleiter. Peach. Wie kann man nur so einen Scheiß machen? Ich weiß es auch nicht. Oh mein Gott. Peach. Wir ziehen einfach mal. Und. Wir bekommen. Achteinige. Es ist wieder geil. Oh. Wir haben Peach. Leute. Und Shadow. Nicht Spammen. Wie oft denn noch? Leute. Wir haben Peach bekommen. Im Klimono Outfit. Heftiger Scheiß. Das Spiel gönnt heute richtig. Jetzt ist hier der Gönnjamin Modus ausgebrochen. Und danach kommt ein Gleiter. Okay. Weiter geht's. Ich wette mit euch aus den 10er Röhren. Hat mir nix besseres bekommen. Wario Gleiter. Sehr schön. Ich wette mit euch aus dem. Da hat mir nix besseres bekommen. Ich bin halt gut, ne? Ciao, Dad. Haben wir schon. Ähm. Ja. Heute läuft es auf jeden Fall. Junge. noch vier, Leute. Warum geht das manchmal so schnell? Hallo? Okay. Nächste Röhre. Und nochmal Gold, bitte. Komm. Ja, noch nicht. Was machst du da? Ja, Eskalation, Junge. Als ob du so viel Glück bekommst. Ja? Geil, ne? Kilian, du bist so ein Ehrenmann. Was soll ich jetzt hier sagen? Aber du bist auch so was von verrückt. Bis doch am Ende. Aber jetzt kommt nur noch Scheiße raus. Oh, die letzten zwei, Leute. Die letzten zwei. Oh, Mann. Und? Und jetzt gehen sie mir tot. Ich hab wochenlang nach Tod gebettet. Aber jetzt kriegt er immer ein Level 2. Wochenlang bette ich nach Tod. Und jetzt kommt er. Ah, ja. Oh, Gott. Das war's jetzt gerade gleich komplett, Leute. Komm, Gold, 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 Gold. Schade. Letzte Röhre, Leute. Du hast eh mehr Glück als Verstand. Ja, hallo. Aber auch verdient. Okay. Letzte Röhre. Letzte Röhre. Los geht's. Und? Ah, schade. Ach, du Scheiße. Was haben wir heute gemacht, Leute? Ich, ich, ich komm darauf nicht so ganz klar. Guckt euch das hier an. Haben jetzt die bekommen noch dazu. Und die haben wir jetzt auch. Kean, du bist einfach nur Verrückte. Du bist ab von gut und böse, ne? Weißt du das? Ach, du Scheiße. Wir machen mal weiter mit Joshis Piste, eher. Als wäre nix gewesen. Ach, du Scheiße. Ich will auch mal 80 Euro einfach so bekommen. Immerhin haben wir ein paar gute Sachen bekommen. Immerhin. Alle Abo bei Kielern da lassen. Ja, Leute, gönnt euch. Ja, haben immerhin ein paar gute Sachen bekommen. Ich bin zufrieden. Man kann zufrieden sein, aber Also, das ist ja auch das Also, ne? Dass da, wenn da jetzt nix Gutes gekommen wäre Dann hätte ich auch eine Anzeige erstattet Bei Polizei Hamburg Aber das hätte dann nicht wahr sein können. Dass da was Gutes sein muss, ist ja klar. Ach, du Scheiße. Hilfe. Kilian, du bist einfach nur verrückt, ne? XSL-Unboxen. Ja, ich mach da sowas von Highlight-Video draus. Ach, du Scheiße. Das müssen wir alle in die Trends hauen, ne? Das muss in die Gaming-Trends. Junge. Ich fasse immer noch nicht. Ich auch nicht, Jassi. Ich auch nicht. Ich wurde gezwungen. Er hat das Geld gegeben Und Dann musste es getätigt werden. Ach, du Heilige. Eges fällt immer noch. Ja, vielleicht kommt er zu Halloween. Vielleicht kommt er zu Halloween. Aber warum ausgerechnet Luigi fehlt, ist mir auch nicht so wirklich klar. Er ist ja sogar auf dem Cover drauf. Junge. Du da Keks. Mal gucken, mal gucken. Hab ich ja jetzt eigentlich Zeit. Aber ich will jetzt mal was tun. Oh mein Gott. Gute sind dabei. Ja, hab auch sehr viele bekommen. Ach, du Scheiße, ey. Bin echt schockiert gerade. Bin echt schockiert. Also bei dem Preis ist der Loot echt lächerlich. Ja, es hätte noch besser sein können. Aber auch deutlich schlechter. Aber ich bleib dabei. Die 1er Röhren sind deutlich besser als die 10er Röhren. Ich bleib dabei. Hätte ich die 10er Röhren gezogen, ich wette mit euch, wir hätten schlechtere Sachen bekommen. Ich bleib dabei. Ich bleib dabei. Die 10er Röhren sind einfach nur scheiße. Weil da ist die Schornzeit niedriger, dass du eine Goldröhre bekommst. Ist ja klar. Weil wenn du 10 mal eine 1er Röhre ziehst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, eine Goldröhre zu bekommen als bei den 10er Röhren. Wenn die Wahrscheinlichkeit gleich ist. So, wir nehmen natürlich mal die neue. Unser Peachet. Ah nee, das ist die andere. Die andere. Du musst mal mit Peachet fahren. Ja, jetzt habe ich erstmal die neue. Erstmal mit der neuen am Start. Du bekommst Luigi, wenn du Luigi's Menschen 3 kaufst. Safe. Wäre lustig. Werde ich mir ja kaufen, deswegen, warum nicht? Hab alles bedichtet, ja. Ey, Kylian, du bist einfach nur verrückt. Danke dir. Jetzt habe ich halt ein paar Fahrer. In Mario Kart 8 Uhr. Oh man. Ey, will die machen das Spiel down, ne? Nintendo, dieses Spiel soll für immer online bleiben. wehe. In zwei Jahren oder so sagen sie, ja, ups. Jetzt gehen die Server offline, ne? Dann stehe ich bei denen vor der Tür. Dann stehe ich bei denen vor der Tür. Was ist das hier eigentlich? Eine Pilzkanone. Jawoll. Das ist ja geil. Eine Pilzkanone. Sehr geil. Trotzdem hilft mir das Glück heute nicht so. Na ja, was solltet trotzdem reichen. Na, Pius, weiter Röhrenzunnen. Kylian, stopp. Stopp. Gebt mir mein Geld zurück. Ja, ich stehe ja bei Nintendo auf Japan vor der Tür, ey. Mit so einem Hammer in der Hand. Ich will mein Geld zurück. Ich klage das Geld für Kylian ein. Reicht es? Wunderbar. Ach du Scheiße, ey. Was war denn hier los? Und die nächste Strecke ist Marios Piste. Da können wir gleich mal mit unserer Pichette spielen. Oh, das ist nicht auch so. Und dem Münzgleiter. Dem Geldgleiter. Pius muss aber bei dem Highlight-Video sponsert bei Kylian entschreiben. Ja, Kylian hat alles gesponsert hier. Das war gerade ein Witz. Da bin ich auch sehr froh drüber. Nochmal, das sieht nicht aus. Hallo, FCL. Du musst auch nicht spammen. Einmal reicht. Mit High. Einmal reicht. Oh Gott. Ach du Scheiße. Jetzt wird's geil. Oh, hallo, die Chat. Servus. Guckt euch sie von vorne an, Leute. wenn das Handy mal will. Da. Ist nicht schön. Das ist unser neues Baby. Die gute alte Pichette. Aus Mario Boss. You Deluxe. Jetzt hier Malkatur. Vor Luigi. Müsst ihr euch mal vorstellen. Pichette ist einfach wichtiger als Luigi. Was ist das denn jetzt? Alter. Ja, Moin. Alles klar. Der Lachs. Genau. Aber Luigi ist einfach unwichtig. Keiner braucht ihn anscheinend. Pilzkanone. Aber die helfen auch meinen Gegnern, ne? Also so geil ist sie doch wieder nicht. Ja, es geht. Es geht. Bowser, wirf da eine Banane weg. Bowser. Hallo. Oh, was? Ich hasse es. Geht doch. Jetzt in der Luft treffen als Strafe. Haha. Keck. Pilzkanone. Oh, nö. Komm, dritter ist drin. Geh weg. Hilfe. Guten. Was? Guter Grund. Ja. Hilfe. Pio ist noch so schockiert, deswegen fällt er nicht so gut. Ja, genau. Wir haben heute einfach meinen Fahrerstand um die Hälfte erweitert oder so oder noch mehr. Ach, du Scheiße, ey. Was ist da denn los? Wie geht's also? Mir geht's wunderbar. Wir haben ein Geschenk, Leute. Ehre. Item-Tickets, der Papierflieger, drei Rubine, Item-Box-Tickets, und da geht's zur Rennmission. Ach du Scheiße, ey. Kann ich Mitglied werden, bitte? Ja, klar kannst du das. Neben dem Abonnier-Button ist der blaue Mitglied-Button. Für 1,90 Euro kannst du die gönnen, wenn du willst. So. Ach, ich muss die sogar, ach so, das ist meine, ah ja, hm. Die Item-Boxen treffen gar kein, gar kein Problem, wollte ich sagen. Sag der und fährt erstmal an zwei vorbei. da sind die nächsten, ich nehme an, die wollen 15, oder halt ein bisschen mehr, keine Ahnung. Mal gucken. Hier sind auf jeden Fall einige. Hä? Betrug. Oh Gott, in der Luft. Scheiße. In der Luft. Oh Gott. Oh, das reicht safe nicht. 25, sagst du, Noah? Okay, dann würde es reichen. Wenn es 30 sind, dann ist es belastend. 20 nur? Alles klar. Alles klar. Ich würde niemals viel dafür ausgehen, weil es eigentlich beschissen ist und auch Geldverschwendung. Ich hoffe, lieber auf Glück macht irgendwie auch mehr Spaß. Ja, das war aber trotzdem sehr lustig gerade. Ich wollte auch keinen empfehlen, dafür jetzt Geld auszugeben, Leute. Jetzt mal WeTalk. Trotzdem war es eine sehr lustige Sache. Ach, du Heimelie. Geht nicht, Manu. Okay. Schade. Wieso kann man bei deinem Stream nicht zurückspulen? Habe ich ausgestellt, damit alle immer live dabei sind und es zu keinen Nachrichten kommt, die vor 10 Minuten oder so im Stream waren oder so. Du kannst den Stream bei Nacht richtig nochmal angucken. Das ist ja kein Ding. Oh mein Gott, ey. So, wir haben nochmal neue Fahrzeuge glaube ich bekommen, so viel neue ist zum Beispiel das Ding hier auch. Ach, du Scheiße, ey. Geh mal in den Shop. Haben wir noch einen Charakter, den wir noch nicht haben? Im Shop. Mal gucken. Mario haben wir noch gar nicht. Du bist mein bester YouTuber der Weltpios. Danke dir, obwohl du es ein bisschen falsch beschrieben hast. Welt schreibt man mit T. Ja, aber trotzdem, danke dir. Leute, wir können uns noch Mario und den haben wir noch gar nicht und der ist hier gerade im Shop. Münzen habe ich ja genug. Also, hallo Mario, servus, willkommen im Team. Jetzt haben wir den auch noch. Es wird einfach immer voller. Unfassbar. Unfassbar geil hier alles. Ach du Scheiße, ey. Heilige. Uiuiuiuiuiui. Ich bin echt schockiert hier ein bisschen. Echt schockiert. Echt schockiert. Kann man noch irgendwie einen Box bekommen? Ich glaube nicht. Hier theoretisch. Ah, aber nichts, was wir mal so eben machen können. Nee. Ei, 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 ei. Wann streamst du wieder? Morgen. Denke ich mal. Da haben wir jetzt immer auch viel zu tun. Hilfe. Als nächstes kommt der Bowser Junior Cup. Ei, 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 ei. Und da gibt es auch wieder ein paar Beloni. Beloni? Alles klar, Beloni. Ich habe schon drei, ja? Alle heute, Yasin. Okay, den habe ich durch den Goldpass. Und die beiden kamen heute neu dazu. In der Tat. Nice, Yasin. Ich asse. Und Böffetweit Fanboy. Servus. Und Moin. Willkommen hier im Stream. Ach du Heilige, ey. Was war denn das hier heute schon wieder? Hilfe. Wie viele Cups haben wir eigentlich heute? Äh, haben wir eigentlich noch? Eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Cups. Okay, wie viele haben wir heute gemacht? Haben wir heute gemacht? Eins, zwei, drei, vier, joa, vier schon mal. Nice. Bubble, ja? Bubble, Abo, Bubble Abo wird heute wieder abgeschlossen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So Leute, ich würde auch sagen, die nächsten Cups machen wir denn morgen. Und zwar den Bowser Junior Cup, den Mario Cup und Baby Daisy Cup und Ludwig, ne? Weil der dauert eh noch ein bisschen hier. Das war heute richtig geil. Nick Games High. Es gibt einen P-Chat Cup. Uuuuh. Auf jeden Fall, das war heute mega krass. Danke, also riesen Dank an Kilian, der einfach heute 100 Euro gespendet hat, damit wir hier einfach Röhren zünden. Für 100 Euro Röhren zünden, Leute, das war echt krass heute. Ach, du Heilige. Und ja, morgen geht es dann weiter mit den nächsten Cups. Ich wollte heute noch losgehen. Habt ihr ja vorhin gesehen auf Twitter, diese Nachrichten da, die ja kamen. Ich habe euch noch was vor. und ja, anderthalb Stunden sind einfach schon rum. Das ging ziemlich schnell rum, diese Zeit tatsächlich. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Freue mich über jeden Abo von euch. Ja, Leute, abonniert Kilian. Großer Ehrenmann. Und Twitch gibt es heute Abend auch noch. Stimmt. Kleiner Twitch-Stream. Heute Abend noch. Wie immer eigentlich. Ja. Könnt ihr mir dort gerne folgen. Ich habe mal kurz den Link rein, wie ich ihn finde. Hallo. Hallo. Da ist er. Da gibt es heute Abend noch einen kleinen Mario Makers-Stream oder so. Mal gucken. Heute Abend, da ist der Link. Folgt mir dort gerne. Wie zu spät. Für jetzt, ja, Sarah. Aber heute Abend kannst du gerne noch dabei sein. Ja, und morgen geht es ja weiter mit den nächsten Cups. Ich freue mich. Erwarten tut uns unter anderem eine Kalimari-Wüste mit ähm wer ist denn noch mal? Keine Ahnung. Ich habe den Namen vergessen. Gut. Morgen geht es heute mit Mario Maker und heute Abend, ja, morgen geht es heute mit Mario Maker Tour und heute Abend noch ein bisschen Mario Maker 2 oder so. Tschüss. Und bis später. Dankeschön. Junge, lernen, reden. Bin so nervös hier heute. mit meinem Große Einkauf. Dankeschön fürs Dabeisein. Daumen hoch und abonnieren, falls ihr neu seid. Und ja, bis später dann. Und ja, bis demnächst. Tschüss. In Mario Kart Shopping Tour. Erstmal weiter kaufen, Kappa. In Mario Kart Shopping Tour. Tschüss. Ja, bis später. Vielen Dank.